hey leute heute mit dem thema wie wichtig sind aussehen und physische anziehung und ihr könnt euch die antwort sicher schon denken wenn es unwichtig wäre würde die welt weniger oberflächlich sein aber das ist sie und über den fakt kann man sich beschweren oder man kann ihn so gut es geht für sich nutzen ich wollte den beitrag eigentlich nur über physische anziehung machen das greift aber irgendwie alles ineinander und man muss es auf die komplette attraktivität gegenüber des anderen geschlechts ausweiten muss man schauen welche richtung ich mich hier rein rät und wie ich das ganze am ende nenne ihr müsst euch vorstellen dass das aussehen selbst nur ein teil dieser ganzen anziehungsgeschichte ist sehr viel wird über pheromone den geruch eure haltung ausstrahlung und noch so viel mehr geregelt aussehen ist wichtig und gehört für seine eigenen verhältnisse optimiert aber das allein ist nur der türöffner für weitere interaktionen auf dating apps beispielsweise ist erstmal nur das entscheidend und es ist auch nicht euer größter trumpf weswegen es wichtig ist dem gegenüber beim dating schnell mehr zu geben und es nicht auf simplen bildern und text beruhen zu lassen halte ich eh nicht sonderlich viel von aber in der aktuellen situation was will man machen das mal vorweg es soll aber wirklich darum gehen wie stark sich die komplette physische anziehung auf euer gegenüber beim dating beziehungsweise in einer beziehung selbst auswirkt fangen wir aber beim dating wirklich mal an da kann man es am besten erklären wenn ihr einer frau gegenüber steht die noch absolut nichts über euch weiß dann entscheiden die ersten paar sekunden die sie euch sieht darüber wie aufgeschlossen sie auf euch reagieren wird und da sind es eben vor allem die oberflächlichkeiten die zählen ihr könnt diese aufgeschlossenheit sehr schnell versauen indem ihr beispielsweise zu ihr hingeht sie sich von eurer ganzen präsenz angezogen fühlt und ihr auf einmal eure stimme nicht passt oder ihr absolute unsicherheit ausstrahlt und gar nicht mehr wisst was ihr eigentlich sagen sollt es ist nicht nur das vollkommen oberflächlich was sie von anfang an zu sehen bekommt das legt nur euer potenzial fest welches sie anfangs in euch sieht ihr seid in der lage dieses potenzial durch eure konkurrenz also die übereinstimmung eures inneren mit dem äußeren oder anders gesagt euer handeln mit euch als person und selbstsicherheit später noch weiter zu erhöhen aber wie auf euch beim ansprechen reagiert wird entscheidet wie ihr euch präsentiert und wie man so schön sagt ob die chemie stimmt denn das ist der nächste punkt löst ihr etwas in ihr aus körperlich fühlt sie sich von euch angezogen und hier sind ein paar schon angesprochene punkte wichtig pheromone die über den geruch auf unser gegenüber wirken das muss in dem moment passen und das habt ihr nur bedingt in der hand denn ihr könnt jetzt nicht einfach euch mit einem parfum einsprühen und hoffen dass es genau das ist was die frau jetzt riechen will das kommt on top aber eure basis muss stimmen und das könnt ihr absolut nicht beeinflussen manche menschen können euch einfach riechen und andere nicht geht aber immer davon aus dass wenn ihr gepflegt seid und nicht gerade komplett nassgeschwitzt aus dem fitnessstudio kommt das dem optimum entspricht achtet einfach grundlegend auf eure hygiäne ich denke das muss ich hier nicht dazu sagen ist aber der erste punkt der mehr ausmacht als manche leute denken pheromone wirken in dem zusammenhang stimmungsaufhellend auf eine frau also wenn sie euch gegenüber steht und permanent eine fresse zieht bei der man denken könnt ihr werdet ihr gerade auf den fuß getreten dann habt ihr das schon mal nicht weiter im text eure ausstrahlung und allgemeine haltung es macht einen riesen unterschied wenn ihr aus einer art mangel mit druck oder unsicher auf eine frau zugeht oder ob ihr mit eurer präsenz raum einnehmt euch nicht klein macht und euch wie selbstverständlich bewegt wenn sie diejenige sein kann die neben euch unsicher aussehen darf übernimmt sie sofort diese selbstsichere rolle und ihr fügt euch werdet kleinlaut oder nervös dann ist das körperlich immer noch da aber ihr zeigt ihr damit dass ihr ihr nicht gewachsen seid wobei es immer noch zu bevorzugen ist als komplett überdreht zu versuchen einen kerl zu spielen der die situation unter kontrolle hat der mann der in dem moment seid also eure authentizität ist zu jeder zeit allem anderen vorzuziehen denn das ist es was euch wirklich attraktiv macht ihr habt schwächen macht euch nicht selbstfertig oder kleiner als ihr seid stellt sich vielleicht nicht unbedingt ins rampenlicht aber schämt euch auch nicht dafür weder mental noch körperlich es bringt nichts wenn man vielleicht einen kleinen bauch hat und den für ein gespräch permanent einzieht und dabei kaum noch luft für ein gespräch kriegt diese ausstrahlung ist eurer bisherigen inneren arbeit an euch zu verdanken und wenn ihr diese noch nicht gemacht habt beziehungsweise euch noch nicht so fühlt wie ihr gerne wert dann übt das ist kein problem das ist einfach gewohnheitssache und schließt eure komplette körpersprache mit ein gut was ist mit normalen gesprächen hier sind stimme tonlage und auch irgendwo die sicherheit entscheidend ihr könnt der frau fast den größten mist erzählen wenn sie sich in eurer nähe wohl fühlt und sie wird trotzdem darüber lachen das ist der eintritt in euren frame ihr macht euch interessant dadurch dass ihr ihr gegenüber so reagieren könnt euch eurer physischen anziehung bewusst seid und überhaupt keinen zweifel daran habt dass ihr der preis seid quasi der deren bewerbungsgespräch mit ihr führt nicht ihr wollt eine stelle sondern ihr habt eine zu vergeben das allein macht viele defizite die ihr vielleicht haben mögt und die euch auch vollkommen bewusst sind fast komplett wett ich merke gerade das entwickelt sich eher in die richtung wie wirklich beim ersten kontakt auf frauen möglichst gut aber daran seht ihr auch schon das physische hat einen großen einfluss auf euren erfolg und die art wie frauen uns begegnen ab einem gewissen punkt wird das aber als gegeben wahrgenommen und ist eher als mindestmaß anzusehen das man erreichen muss um in einer frau wirklich viel auslösen zu können auch darunter ist es möglich noch an sie ranzukommen aber man hat es leichter je mehr man sich verbessert und inwieweit das eigene mindset davon auch betroffen ist dass man genau weiß dass man so eine gewisse wirkung auf frauen haben kann man wird selbst als zehn von zehn und wirklich perfektem aussehen was es so nicht gibt eben nicht bei jeder landen können das ist völlig normal aber dieses geschwätz von wegen ja die inneren werte zählen nicht von anfang an genauso ist aber der spruch aussehen entscheidet wer zusammenkommt charakter wer zusammen bleibt ja ohne witz da habe ich mich fast bepisst vor lachen aussehen entscheidet wer dir unterbewusst die chance gibt mit einem charakter zu glänzen aber sowohl kerle als auch frauen werden scharenweise verlassen weil sie nicht mal mehr ansatzweise das körperliche an den tisch bringen was sie am anfang der beziehung zu bieten hatten ich würde vielmehr sagen dass charakter und aussehen sehr stark miteinander zusammenhängen am aussehen und auftreten eines mannes kann man beispielsweise sehr genau sagen wie sehr auf sich acht gibt wie gut er sich im griff hat und wie ambitioniert er auch in anderen aspekten seines lebens ist es ist oberflächlich und man kann sich dabei auch immer irgendwie irren oder nicht zu 100 prozent richtig liegen aber gerade wenn all das positiv ausfällt und man merkt dass hinter dieser fassade auch was zu stecken scheint dann ist der mann interessant und dann machen shit tests von frauen auch sinn denn sie wollen herausfinden ob da wirklich was dahinter steckt das macht im besten fall beiden spaß und auf diese interaktion auf der kann man dann mehr anziehung aufbauen diese ganze einstellung ist entscheidend man kann sich dafür fertig machen bestimmte standards nicht zu erfüllen aber ich habe auch schon kerle gesehen die mit 1,70 gefühlt den ganzen club vereinnahmt haben und nie irgendwelche probleme dabei hatten das zu bekommen was sie wollten und dann wieder zwei meter typen die super aussahen aber die sich komplett zum affen gemacht haben und danach mit ausreden die verantwortung abgeschoben haben ablehnung betrifft euch nicht persönlich jemand der nichts mit euch zu tun haben will weil ihr nicht seinen kriterien entspricht und das obwohl ihr zufrieden mit euch seid und wisst dass ihr für euch tut was ihr könnt was wollt ihr mit der person müsst ihr jeden von euch überzeugen und wenn ja fragt euch mal warum und wieso ihr die zeit nicht lieber mit menschen verbringt die sich über eure gegenwart freuen und genauso positiv denken einstellung und ausstrahlung machen mehr aus als das aussehen selbst zumindest als das was ihr nicht beeinflussen könnt macht's gut und bis zum nächsten video